Meine Damen und Herren, bevor wir weitermachen, darf ich Sie ein letztes Mal in diesem Wettbewerb für die Klarinetten daran erinnern, Ihre Mobiltelefone abzuschalten. Vielen Dank. Wir hören nun in der zweiten Hälfte des Finales das Konzert für Klarinette und Orchester von Elliot Carter. Die Überschriften der einzelnen Teile lauten Scherzando, Deciso, Tranquillo, Presto, Largo, Jocoso und Agitato. Meine Damen und Herren, begrüßen wir auf der Bühne Valentin Uriupin und Joey Christophe aus Frankreich, den zweiten Finalisten am heutigen Abend. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.